Hallo, hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Star Fox Advangers. Das nehmen wir, denn wir müssen ja diese kleine Aufgabe machen und die machen wir jetzt. Na, willst du auch noch was? Ja, aber es trifft uns mit. So eine Lusche. Die werden wir nachher erstmal abschlachten. Gut, der ist auch da. Das wird jetzt nicht so passieren, wie beim letzten Mal. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wo geht's denn da überhaupt nochmal hoch? Ach ja, stimmt ja. Okay. Ich verstand alles. Oh, falscher Weg. Komm mit. Fuß. Komm mit. Schneller. Komm, der ja. Okay. Zweier. Du musst jetzt... Schwicki! Jetzt komm mit. Wenn der ja mir jetzt runterfällt. Falscher Weg. Wenn der ja nicht will, kommt mir nicht gearscht. Schmicki? Gott sei Dank. Verdammt, die Zeit wird knapp. Halt. Scheiße, nein. Schmicki, wenn du mal vor mir laufen würdest. Ich fühle das ganz gut. Dann weiß ich nicht immer, dass du da bist. Fuck, die Zeit rennt weg. Nein, das war das Falsche. Jetzt lass uns doch mal vor, Mann. Ach, verdammt. Komisch, aber das andere ging gar nicht auf. Ah, super. Machen wir es eben nochmal. Oh, das kann mir die vollpfaschen. Jetzt hast du diese ganz großen Fächer. Komm, ja. Der müsste es aber jetzt eigentlich durchgehen. Aber der lässt uns nicht durch. Wieso? Ich glaube, ich spinne. Es muss doch irgendwie gehen. Was mache ich denn für den Falsch? Irgendwann werden wir schon richtig sehen. Besser richtig, nein. So ein Zufall. Schmicki. Schmicki. Es kommt Lochheo. Meine Güte. Scheiße, Mann. Schaffen wir es? Mach, mach. Hey, nee, schnell. Jetzt mach doch mal. Gott sei Dank. Meine Fresse, weil es ist eine schwere Geburt. Oh, Mann. Noch einmal, dann nie wieder. Ja, da sind wir richtig. Ja. So. Und es geht jetzt wohin? Dahin. Ja, get him. Das sagst du dir ja schon mal schön, jo. Bei Fuß, Schmicki. 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 Mein Gott. Jetzt komm doch mal. Oh, ich hasse den Scheiß. Falscher Weg. Nein. Ja, ich weiß, das ist richtig. Scheiße. Der ist richtig. Oder? Nein, das war's der Falsche. Falscher Weg. Das schaffen wir eh nicht mehr. Toll. Ach Gott. Und du regst mich auch auf. Hau ab, du Dubel. Ich bring dich nachher um. Und lass den mal treffen, Dad. Das ist natürlich auch kein Ding. Oh, jetzt kommt der Spaß schon wieder. Das macht Zeitdruck. Ich vertraue es mal darauf, dass Schmicki einfach mitkommt. Schmicki, bei Fuß. Oh Gott. So, es reicht. So. Kannst du nicht machen. So, jetzt aber. Ah, da bist du ja. Mach ihn, ey. Geschafft. Geschafft. Okay, ich glaube, das war jetzt da hinten. Ja, Schnauze. Ich geh mal durch die Brücke. Da kann man noch nicht lang. So, Schmicki, wo du bist, ist mir das eigentlich vollkommen egal. Die Chance zu scheiden, äh, das ist es, glaube ich. Nicht. Jetzt muss ich diese Städte wieder suchen. Nicht mal treffen, tun dir ja auch Kollegen. Okay. Aber irgendwas müssen wir doch jetzt machen. Unter anderem, weil zur anderen Seite gelangt. Naja, ich geh trotzdem mal da runter. Star Fox, Hero of Dinosaur Planet. Uh, yeah, that's me. And before you ask, no, I haven't got the Spellstone, but I do know where you can look. To enter the lair of the Red-Eyed King, you must first find the two sacred teeth. Not an easy task, as they are protected by the very life force of the Red-Eyed Tribe. Locate the magic cave. The answer lies within. Danke. So. Nimm die erste Mal. Danke. Was ist los? Alles klar, und du kannst es nicht, oder? Aha. Da haben wir es schon. Na ja. Mal abgesehen davon, dass ich bei mir jetzt eigentlich noch nie wirklich gestorben bin. Burn, baby, burn. 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 Oh, starke Ausstrahlung. Jetzt sagt nicht, jetzt hab ich... Na, Gott sei Dank. Lass die noch mal zum Einsatz kommen. So. Da haben wir es schon. Was wir wohl jetzt bekommen... Du hast den Seismic-Schock erhalten. Die ist die verbesserte Form des Terrorschocks, kann sogar richtige Riesengegner umhauen. Öffne das Zeenventar und drücke A, um ihn einzusetzen. Lege ihn auf Y zur Schnellung in Verfügbarkeit. Oh ja, den zeige ich euch jetzt mal. Oh yeah. So. Jetzt gibt's mal ein paar auf die Fresse. Ich hab vorhin gesagt, die mach ich zum Hackfleisch. Das werden wir jetzt auch tun. Ah, da ist ja schon unser erstes Opfer. Komm her. Und wie sieht man die jetzt? Ganz einfach. Wir müssen eine Bombe auf deren Kopf werfen. Von der ist sogar auch nicht üblich. Steht da schon wieder? Scheiße, da steht schon wieder. So, stirbt. Verdammt, das lässt er mich da nicht mal hin! Ach, leckt mich doch! Oh man, jetzt mal nicht so schön die killen, weil jetzt kann ich das nicht. Mal sehen, was der Typ da so... Ne, das haben wir ja schon gehabt. Ich frag mich, was wir aber jetzt machen müssen. Ich weiß es ganz einfach nicht. Naja, ich weiß, dass wir uns einfach jetzt mal aufhören werden. Also dann, tschüss! Dann, wir nach oben da oben. Das ist es ja, wie das ist. Dann, wir nach oben. Wie geht es? Das ist ja, das ist ja. Das ist ja, wie das ist ja.